Gilles de Loes war ein französischer Philosoph. Der Loes verfasste zahlreiche Schriften über Philosophie, Literatur, Film und Kunst. Zu seinen Hauptwerken zählen Differenz und Wiederholung, Logik des Sins, Anti-Oedipus und Tausend Platos. Die beiden letztgenannten Werke hat er zusammen mit Felix Guattari verfasst. Leben Gilles de Loes wurde in Paris geboren und verbrachte dort fast die gesamte Zeit seines Lebens. Während des Zweiten Weltkriegs besuchte er das Loes Sekano sowie für ein Jahr die Elite-Schule Henry IV. Der Loes studierte von 1944 bis 1948 Philosophie an der Sorbonne, unter anderem bei Ferdinand Alkiv, Georges Cangilhem, Mauriz E. D. Gandilek und Jean Hüppeleit. Während der 1950er Jahre lehrte der Loes an verschiedenen Gymnasien, wie es der üblichen Akademikerkarriere entsprach. 1957 trat er eine Stelle an der Sorbonne an, er hatte bereits sein erstes Buch über Jum veröffentlicht. Wie bei vielen zeitgenössischen Philosophen, insbesondere seinem Lehrer Georges Cangilhem, galt seine Arbeit der Kritik am Rationalismus und am Essentialismus. Der Loes engagierte sich jedoch nicht in den philosophischen Trends der Nachkriegszeit wie Phänomenologie oder Strukturalismus. Von 1960 bis 1964 hatte der Loes eine Anstellung am Center National de la Recherche Scientifique. Während dieser Zeit beschäftigte er sich mit Nietzsche und Henry Bergson und veröffentlichte Nietzsche und die Philosophie. Er schloss eine enge Freundschaft mit Michel Foucault und gab mit ihm zusammen die kritische Gesamtausgabe von Friedrich Nietzsche heraus. Von 1964 bis 1969 war er Professor an der Universität von Lyon. Im Jahr des Pariser Mai 1968 reichte er seine Dissertation Differenz und Wiederholung und seine Zweitthese Spinuts und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie ein. Nachträglich wurden diese Arbeiten als erste und fruchtbarste Versuche erkannt, die Studentenrevolte philosophisch zu begreifen. 1969 erhielt er dann eine Stelle an der Universität Paris VIII, einer Reformuniversität, die viele herausragende Gelehrte anzog. Darunter auch Michel Foucault und Felix Guattari. Mit dem Psychiater Guattari schloss er eine tiefe Freundschaft, die langjährige fruchtbare Zusammenarbeit mit sich brachte. Während der 1970er Jahre veröffentlichten sie gemeinsam die bahnbrechenden Arbeiten Kapitalismus und Schizophrenie und II. In dieser Zeit lernte er auch Gilbert Simon Dunn kennen, der insbesondere auf seine Technik-Philosophie Einfluss hatte. 1970 beteiligte er sich an Foucault-Arbeitskreis zur Situation der Gefangenen in Frankreich und demonstrierte mit Sartre und Jean Genet gegen rassistische Gewalt und für die Rechte der Einwanderer. Im Alter von 62 Jahren zog sich Deleuze 1987 von seiner Universitätsstelle zurück. 1992 starb Felix Guattari. Gilles Deleuze nahm sich am 4. November 1995 wegen einer schweren Atemwegserkrankung, an der er seit Jahrzehnten liet, das Leben. Werk Deleuze steht in der langen Tradition europäischer Denker, die sich mit der Kritik des Essentialismus beschäftigten. Was sollte jedoch an dessen Stelle treten? Für Deleuze war dies das All-Einer, die Totalität von allem, die das gesamte physikalische Universum und seine Möglichkeitsbedingungen umfasst. Deleuze richtete sich damit auch gegen den Platonismus. Platons Auffassung war, dass die Dinge der Welt nur unvollkommene Manifestationen von Ideen seien, die selbst vollkommen, ewig und unveränderlich sind. Deleuze setzte dem seine Vorstellung von der Welt des Virtuellen entgegen. Jede Realisierung von Gegenständen in der Welt ist ein Nexus von Virtualitäten, die notwendigerweise unvollkommen miteinander interagieren. Da sie unvollkommen sind, stören sie auch die zukünftige Realisierung von Virtualitäten. In politischer und moralischer Hinsicht ist diese Auffassung für Deleuze eine Verpflichtung, den Faschismus und den Kapitalismus abzulehnen. Beide erscheinen als Versuche, die Instabilität der physischen Welt zu leugnen und die Möglichkeiten der Realisierung einzuschränken. Stattdessen solle man die Instabilität und Unvollkommenheit der realen Welt akzeptieren und sich frei durch die Realisierungen der Virtualität bewegen. Deleuze Werk trägt daher Züge eines Antihegelianismus. Es ist für ihn nicht die Dialektik des Willens, die Veränderung hervorbringt, sondern interne, immanente Differenz. Von Henry Bergson übernimmt Deleuze die Idee der Dauer, die Körperzeit, in der der Körper selbst Differenz hervorbringt, ohne dafür Anstoß von außen zu benötigen. Begriffe sind für ihn nicht Ideen, die die reale Welt transzendieren und dadurch negieren, sondern sie stehen an einer Bruchstelle zwischen den Gegenständen, die Veränderung und Durchdringung ermöglicht. Der Begriff ermöglicht neue Verbindungen zwischen den Dingen, indem er ihre virtuellen Unbestimmtheiten verknüpft. Er ist somit in positivem Sinne produktiv. Deleuze Philosophie kennt keine Negation in Hegels Sinne, sie trägt die Züge reiner Affirmation der Verknüpfung des bisher Unverbundenen. Zwei Schlüsselwerke von Deleuze, die beiden Bände von Kapitalismus und Schizophrenie, sind im gleichen Maße Arbeiten von Felix Guattari. Anti-Oedipus versteht sich als Kritik der Psychoanalyse von Jacques Lacan und Sigmund Freud. Die Psychoanalyse erscheint ja als Instrument der Aufrechterhaltung von Dominanz und Repression, vor allem durch die Unterwerfung des Subjekts unter die phallische Struktur der Kultur. Dagegen entwerfen Deleuze und Guattari das Konzept der Wunschmaschine eines maschinell gedachten Unbewussten, das anders als in der Psychoanalyse, nicht sprachlich strukturiert ist. Das Subjekt ist demnach nicht vom negativen Mangel gekennzeichnet, sondern vom positiven Wunsch. In Tausend Platos wird die philosophische Tradition des Rationalismus, vor allem der Hegelianismus, einer radikalen Kritik unterzogen. Deleuze und Guattari propagieren Heterogenität, Vielheit, nomadische Wissenschaft und den organlosen Körper. Eines ihrer meist rezipierten Konzepte, das Rizon, soll eine Alternative zu gedanklichen Modellen sein, die als Bücher Anspruch auf Repräsentation der Welt erheben. Dazu gehört der Baum des Wissens, der seit Platon das zentrale Modell für die hierarchische Organisation der Wissenschaften war, aber auch deren modernistische Gegenkonzeption der Wurzelbüschel, die als Gegenbewegung in der Weltbeschreibung eine Fragmentarisierung erreichen will, durch diesen Prozess aber stetig Verweise auf höher gedachte, allumfassende Einheiten bewahrt. Das Rizom wurde vor allem auch in der Medienteorie als Metapher zur Beschreibung von Hypertextnetzwerken verwendet. Nomadische Wissenschaft ist für Deleuze und Guattari der positive Gegenbegriff zur monarchischen Wissenschaft. Damit bezeichnen sie zwei Modelle von Macht. Monarchische Wissenschaft trennt zwischen Macht und Handlung, was zur Arbeitsteilung zwischen intellektueller und körperlicher Arbeit führt. In der nomadischen Wissenschaft bleiben sie dagegen vereint. Deleuze interpretiert Spinuts folgend. Es gäbe eine trübsinnige Leidenschaft, wo Lust nicht als solche, sondern als Unlust erfahren wird. Robert Pfaller sieht für solche trübsinnigen Leidenschaften folgende Beispiele. Entrüstung, Pflichterfüllung, Heldentum, Rechthaberei, Zorneifer, Schuldgefühle, Starrsinn und so weiter. Leider gehen dabei Glück und Liebe verloren. Ich handle nicht mehr selbstschöpferisch und frei bezogen auf den gegenwärtigen Kontext, sondern unterstelle mein Handeln einem Konzept, einer Ideologie. Deleuze Schriften entziehen sich der leichten Lesbarkeit, was einem artifiziellen, hochkomplexen und assoziativen Schreibverfahren geschuldet ist. Viele wollen nicht linear gelesen werden, sondern präsentieren sich als ein Netz miteinander verbundener Platos. Seine Schriften befassen sich eklektisch mit so unterschiedlichen kulturellen Gebieten wie Psychoanalyse, Anthropologie, Sprachwissenschaft, politischer Ökonomie, Soziologie, Geschichte, Biologie, Musik, Kunst, Literatur, Architektur und Kino. Mit Enthusiasmus wurden sie in den Geisteswissenschaften aufgenommen, vor allem in Medienteorie, ästhetischer Theorie, Literaturwissenschaft, Cultural Studies und Gender Studies, aber auch politisch im Neoanarchismus und im Postoperaismus. Zeitgenössische Denker, bei denen sein Werk eine bedeutende Rolle spielt, sind Erik Eilitz, Seile Benhabi Pomica, Papa Manuel D. Lander, Friedrich Jameson, Antonio Negri, Edward Said, Peter Sloterdijk, Slavoj Zizek und Josef Vogel, Gilles Der Loes und das Kino. Gilles Der Loes betrachtet die Bewegung des Films als an dem Film sowohl inhärentes als auch transzendierendes Moment. Seine beiden Filmtheoretischen Bände Bewegungsbild und Zeitbild stellten einen Bruch mit einem semiotischen Filmverständnis dar und propagierten ein Kino, das auch als philosophische Praxis verstanden werden soll. Ihm zufolge ist der Regisseur ein Philosoph, da er zwar nicht in Begriffen, aber mit Bildern und Tönen denkt. Der Loes unterscheidet in der Kinogeschichte maßgeblich zwischen zwei Phasen, die sich beide durch die Beziehung der Bilder zur Bewegung ergeben. Das Bewegungs- und das Zeitbild der ersteren und älteren Bildtat ist die Bewegung inhärent. Sie zeigt sie durch kontinuierliche Schnitte und präsentiert somit eine einheitliche Weltvorstellung. Das Zeitbild hingegen transzendiert das Moment der Zeit und arbeitet mit diskontinuierlichen Montagepraktiken. Dadurch wird die Konstruktion von filmischer Zeit und Raum offenbar. Eine von Diskontinuität und Fehlenderordnung geprägte Welt offenbart sich dem Betrachter. Als erstes gelingt es einigen avantgardistischen Montagetechniken, ein indirektes Zeitbild zu erschaffen. Den Übergang zu dieser neuen Darstellung seit meistern sie, indem sie in der Struktur des Bewegungsbildes bestimmte Momente hervorheben. Sie verfolgen damit eine inhaltlich motivierte Konfliktstruktur. Im amerikanischen Film wird dies durch Duellstruktur und Parallelmontage ausgedrückt, im sowjetischen Film durch die dialektische Beziehung. Im französischen Impressionismus durch die alternierende Montage und im deutschen Expressionismus durch den Konflikt von Licht und Schatten. Diese Übergangsphase des Kinos macht nicht mehr aus der Zeit das Maß der Bewegung, sondern aus der Zeit eine Perspektive der Zeit. Das Zeitbild ist gleichsam eine visuell verfasste Ontologie. Zeit spielt für Deleuze deshalb eine entscheidende Rolle, da der Film in der Darstellung und Reflexion von Zeit allen anderen Medien, auch der Sprache überlegen ist. Das Bewegungsbild in seiner typischten Ausprägung als Aktionsbild hat allerdings Zeit und Raum nur als verknüpft und unablösbar voneinander. Verstanden. Mit der Krise des Aktionsbildes zur Zeit des italienischen Neorealismus nehmen im Film verstärkt optische und akustische Bilder den Raum ein, den vorher das sensomotorische Bild belegt hatte. Das sensomotorische Bild geht von einem sukzessiven Erzählmodus aus der Anfang, Mitte und Ende kennt. Mit dem Neorealismus nehmen Situationen überhand, die die Figuren nicht mehr zu sinnvollen Aktionen verleiten. Diese neuen Situationen bezeichnet der Lös als optische und akustische. In diesen optoakustischen Situationen kann die Zeit, losgelöst von Raum, Handlung und Aktion als reine Zeit, dargestellt werden. Schriften Empirisme e Subjectivite 1953 Deutsch David Hume übers Peter Gebley und M. Martin Weinmann Frankfurt 1997 Nietzsche und die Philosophie München 1976 Nietzsche ein Lesebuch von Gilles Delös Merwe Verlag Berlin 1979 Kans kritische Philosophie Merwe Verlag Berlin 1990 Proust und die Zeichen Frankfurt 1993 Bergson zur Einführung Hamburg 1989 Sacha Masoch und der Masochismus In Leopold von Sacha Masoch Venus im Pelz Insel Frankfurt 1968 S 163 bis 281 Spinuts und das Problem des Ausdrucks Fink München 1993 Logik des Sins Surkamp Frankfurt A. M. 1989 Differenz und Wiederholung Fink München 1992 Woran erkennt man den Strukturalismus? Merwe Verlag Berlin 1992 Dialoge Frankfurt A. M. 1980 Antioedipus Kapitalismus und Schizophrenie Surkamp Frankfurt 1974 Merve Verlag Berlin 1992 Merve Verlag Berlin 1992 Kleine Schriften Merve Verlag Berlin 1980 Kafka Für eine kleine Literatur Surkamp Frankfurt 1976 Rizom Merve Verlag Berlin 1977 Logik der Sensation Francis Bacon Fink München 1995 Bartleby oder die Formel Merve Verlag Berlin 1994 Erik Les und Verdi Die Philosophie des François Schattle Passagen Verlag Wien 1989 ISBN 3-900767-408 Das Bewegungsbild Kino E. Surkamp Frankfurt 1989 Das Zeitbild Kino 2 E. B. D. 1990 Die Einsame Insel Texte und Gespräche von 1935 bis 1974 Surkamp Frankfurt A. M. 2003 Schizophrenie und Gesellschaft Texte und Gespräche von 1975 bis 1995 Surkamp Frankfurt A. M. 2005 Spinuts Praktische Philosophie Merve Verlag Berlin 1988 Foucault Frankfurt 1987 Der Faden ist gerissen Merve Verlag Berlin 1977 Die Falte Leibniz und der Barock Surkamp Frankfurt A. M. 2000 Unterhandlungen 1972 bis 1990 Surkamp Frankfurt A. M. 1993 Was ist Philosophie? Frankfurt A. M. 1996 Kritik und Klinik Frankfurt A. M. 2000 Lust und Begehren Merve Verlag Berlin 1996 Platon und das Trugbild Bildtheorien aus Frankreich Eine Anthologie H. G. V. Emanuel Allos W. W. Wink Reihe Iconist 2011 S. 119 bis 135 34 M. 109 bis 2013